Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Kingdom Hearts 2 zusammen mit Apfel. Hallo. Ja, ihr werdet jetzt eh einen Cut kriegen, bis ich mir zum ersten Mal Malusia getötet kriege. Weil ich will jetzt... Alle sagen, das ist der einfachste von den fünf. Sagt jeder. Oder viele. Hahaha. Ja, ihr werdet jetzt. Das war's für heute. 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 Oh, Gott. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.